Hey Leute, ich möchte jetzt hier für euch ein Video über den Railjack Workshop hier für euch machen und ich würde ja gerne sagen ein kleines Video, aber schauen wir es uns gerade mal kurz an. Da ist schon ein bisschen was drin, was man erwähnen sollte. Ich werde da jetzt auch nicht überall aufs Detail eingehen, aber ein, zwei Sachen oder ein paar Sachen möchte ich da schon betonen. Und das hier ist auch jetzt ein großes Railjack Rework, was da kommt, aber es soll auch, sagen wir mal, die erste Phase jetzt wieder von den Reworks sein, dass da noch ein paar Sachen hinterher geschoben werden. Und bevor wir jetzt loslegen, will ich auf eine ganz wichtige Sache eingehen. Dirac to Endo. Dirac, das ist die Ressource, mit der ihr die Avionics und das Grid und alles aufrüsten könnt, gibt es in Zukunft nicht mehr. Auch die Intrinsics werden zu Mods umgewandelt und Dirac wird halt eins zu eins in Endo umgewandelt. Ich will das jetzt ganz am Anfang betont haben, weil bevor das Update da ist, könnt ihr halt noch Dirac farmen. Und Dirac, zum Beispiel wenn man Giant Point macht im Vale Proxima, kriegt man viel zusammen. Also ich habe jetzt nur ein bisschen, also ich habe Railjack nicht viel gespielt. Ich würde sagen, vielleicht mal eine Woche oder so, wo ich das wirklich aktiv gespielt habe. Und da sind schon 180.000 Dirac zusammengekommen. Dazu habe ich dann noch alles wirklich auf Max gezogen, alle Slots, alle Mods oder Avionics. Was bedeutet, wenn man es wirklich auf das Dirac farmen abzielt, dann schafft man es auch in 2, 3, 4 Tagen so, keine Ahnung, 200.000 zusammenzufarmen. Sollte man sich halt ein Team suchen und ich persönlich würde euch dann Giant Point empfehlen, weil die Mission ist wirklich super einfach und da kann man schnell Gegner töten. Also das artet jetzt gerade ein bisschen aus, aber falls ihr das machen wollt, würde ich euch Voidloch empfehlen. Dann Voidloch machen, die ganzen Gegner reinfliegen lassen, einmal eine Rakete rein, alle Gegner sterben, ihr könnt einsammeln, Profit. Genauso könntet ihr auch noch überlegen, mit der Partikelramme durch die Asteroidenfelder durchzuheizen und damit dann noch Ressourcen zu sammeln. Würde ich jetzt mal nur so noch am Rande erwähnen. Aber da ich das halt wirklich so unglaublich wichtig fand, wollte ich das hier halt wirklich als allererstes mit euch durchgehen. Also legen wir jetzt mal los. Hier oben, das ist relativ uninteressant, beziehungsweise ist einfach nur eine kurze Begründung, was das Ziel war, was überhaupt gemacht werden soll, bla bla bla. Und ich mache es gerade mal ein bisschen größer, damit ihr es auch besser lesen könnt. Machen wir es mal so. Und dann legen wir jetzt hier mal los. Also hier steht dann am Anfang, glaube ich, nur drin, dass das Railjack einfacher zu bekommen wird. Die Zeiten wurden reduziert zum Bauen, Ressourcen wurden reduziert. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon drin steht. Auf jeden Fall, dass man den Railjack jetzt auch im Markt für Platin kaufen kann, einfach weil die Leute sich das wünschen. Nicht jeder will immer alles grinden. Zum Beispiel Necramax gab es am Anfang auch nur zum Grinden, später mit Platin. Und das kam eigentlich gut an. Avionics to Mods habe ich schon erwähnt. Also das bedeutet, anstelle von Avionics haben wir dann halt später Mods. Mods und das ist sogar wirklich spannend. Also wirklich spannend, weil jetzt haben wir halt ein Mod-Fenster. Das kann man hier sehen. Und jeder Spieler bringt seine eigenen Mods mit. Das heißt, wir hätten unsere Kampfmods, wir hätten unsere integrierten Mods und unsere taktischen Mods. Und naja, damit kann jeder Spieler halt immer mit seinem Gier in die Mission kommen. Das bedeutet, schauen wir hier gerade mal hin. Die Battle- und Taktik-Mods, das ist dann vermutlich sowas wie die Schmiede, Abklingzeit reduzieren oder die Fähigkeiten, dass wir die dann jeder Spieler seine eigene benutzen kann. Und dann zum Schluss hätten wir dann nochmal Mods, die nur für uns gelten oder so Aura-Mod-mäßig. Das bedeutet, naja, ihr braucht nicht mehr zu hoffen, dass irgendjemand irgendeine bestimmte Fähigkeit ausgerüstet hat in seinem Railjack. Denn ihr geht in den Railjack rein und ihr könnt immer eure Fähigkeiten benutzen, die ihr auch benutzen wollt. Bedeutet, ihr könnt einfach bei einem Anfänger mit einem, sagen wir, komplett angerankten Schiff reingehen und der hat dann direkt die besten Mods, beziehungsweise ihr könnt die besten Mods benutzen. Also das ist eine supergeile Sache, kann man gar nicht anders behaupten. So, ja, dann gibt es halt auch noch diesen normalen Modding-Screen. Hier sieht man halt noch verschiedene Felder. Zum Beispiel, ich glaube, das hier ist jetzt der Taktik-Slot, da haben wir drei zur Auswahl. Hier im Battle-Slot auch drei, kennt man ja. Also sagen wir Feuerlöscher, Unsichtbarkeit, bla bla bla. Hier halt die Fähigkeiten, Partikel-Ramme, Voidloch, Seeker-Volle, nur als Beispiel. Und hier oben hätten wir dann halt wirklich so einen normalen Modding-Screen, wie wir es ja schon kennen. Dann kommt dazu, dass man das Ganze jetzt auch vom Raumschiff aus modden kann. Kann man hier schön sehen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nur kurz ein. Und dass Dirac halt eins zu eins in Endo umgewandelt wird. Und für abgerankte Slots bekommen wir halt auch nochmal Dirac erstattet. 39.000 Dirac. Wenn wir das Grid gemaxed haben. Also das ist auch nochmal ein kompletter Primed-Mod, den wir hier bekommen. Genial. Also ich bin richtig, ich freue mich da drauf. Ich meine, ich habe jetzt zwar genug Endo, aber Millionen Endo-Challenge klingt doch irgendwie ganz nett, muss ich sagen. Gut, wie gesagt, nur ganz kurz wollte ich auf das alles eingehen. Und wir können jetzt mit Intrinsics 2.0 weitermachen. Zum einen können wir die jetzt respecken. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und zum anderen wurden jetzt die vier normalen Trees gereworked. Ich meine, wir können es gerade mal kurz miteinander durchgehen. Das ist jetzt vielleicht nicht so uninteressant. Machen wir das jetzt mal am Anfang so. Ich öffne mal kurz hier die normalen Intrinsics. Wer es interessiert, kann jetzt mal kurz pausieren und sich das mal dann durchlesen. Beziehungsweise ihr könnt es ja auch selbst nachschauen. Und dann gehen wir gleich die überarbeiteten durch. Also das hier werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Dann im taktischen Menü, Tactical Mods and Crew Tracking. Ich denke mal, das geht dann eher darum, dass man sehen kann, wer was dabei hat und so. Ist auch nur Stufe 1, also nicht so außergewöhnlich. Wir können jetzt Warframe-Fähigkeiten benutzen und Crew mit der Kamera verfolgen. Und Warframe-Fähigkeiten bezieht sich dann vermutlich darauf, dass wir, wie auch jetzt schon, wenn wir das Taktik-Menü öffnen, eine Warframe-Fähigkeit auswählen können und die in einem Bereich des Schiffes aktivieren können. Also ich gehe mal davon aus, dass das da gemeint ist. Dann können wir jetzt Schnellreise im Railjack machen und auch Kommandos über das Menü verschicken. Ich kann mir das dann nur so vorstellen, dass man dann zum Beispiel auf der Minimap oder so das dann angezeigt bekommt. Omnigear kann benutzt werden, um aufs Schiff zu teleportieren. Und nur nebenbei, falls ihr euch gerade fragt, warum ich das alles durchgehe, weil ich dann immer noch ein, zwei Sätze dazu sagen möchte und so ein bisschen herausstellen kann, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Weil ich kann es jetzt schon mal sagen, der Piloting-Tree gefällt mir überhaupt nicht, also überhaupt nicht, bis auf das Allerletzte. Ich wollte das nur mal betont haben, damit man sich entscheiden kann, wie man seine Punkte später nochmal neu verteilt. Wobei ich da nochmal ein extra Video dazu machen werde. Jetzt wird es ein bisschen interessant, vielleicht, weil wir können Necramechs jetzt auch in allen Railjack-Missionen benutzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber es könnte halt wirklich praktisch sein. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Es gibt einen neuen Missions-Node, wird hier unten irgendwo erwähnt. Das ist nicht Scarlet Spear, sondern Orphix Venom. Bedeutet, da braucht ihr dann eigentlich schon euren Necramech. Taktische Mods kosten weniger Energie. Taktische Mods Cooldown-Zeit reduziert. Arc wegen Blink-Cooldown, also die Teleport-Reichweite, äh, Teleport-Abkling-Zeit würde reduziert. Necramech-Cooldown wird reduziert. Wieder taktischer Cooldown wird reduziert. Und hier wird es jetzt wieder interessant. Wir können uns zu einem Crew-Member hin teleportieren. Ja, also ich persönlich benutze das eigentlich sehr oft. Also zum Beispiel, ich bin gerade in einem anderen Raumschiff, teleportiere mich dann zurück aufs Railjack und muss dann wieder irgendwo anders hin Teammitglied helfen. Und da ist das super praktisch. Aber falls ihr meine Meinung wissen wollt, wenn ihr noch am Anfang seid, ich würde es hier vermutlich nur bis Stufe 5 hochziehen. 4 ist super wichtig, damit ihr schnell aufs Schiff zurückkommt. Und je nachdem, wie wichtig die Necramechs sind, würde ich das auf jeden Fall bis 5 machen. Und das hier ist halt so ein Luxus-Ding. Sagen wir zum Beispiel, ihr macht die Sentient-Anomalie. Sollte man mittlerweile kennen. Dann kann zum Beispiel einer im Schiff bleiben und sich dann später zum Team hin teleportieren. Super entspannt, aber kein Must-Have. So, dann Piloting. Das, wir schalten das Engine-Boosten frei. Das bedeutet Sprinten. Würde ich auf jeden Fall machen. Wir können dodgen. Benutze ich eigentlich nie. 25% weniger Schaden, während wir sprinten. Also, während das Railjack schneller fliegt, nennen wir es jetzt einfach Boosten. So, wie es auch heißt. Ist auch eine nette Sache. Also, auch wieder was Gutes. Driften. Ist einfach ein Manöver, das man machen kann. Bin ich jetzt auch kein Fan davon. Aber, der Vakuum-Radius wird erhöht. Während wir boosten oder driften oder dodgen. Da wir eigentlich die ganze Zeit am Boosten sind, ist ein erhöhter Vakuum-Radius genial. Jetzt müsste ich gerade mal nachschauen. Das da müsste dann... Das hier ist 5. Da müsste das noch zu 4 gehören. Oder zu 5. Also, das kann ich jetzt hier irgendwie nicht so 1 zu 1 ablesen. Aber ich würde eigentlich behaupten, zu 4. So, Loot-Dungeon-Radar. Wir bekommen die versteckten Loot-Dungeons auf der Mini... Äh... Die werden auf jeden Fall irgendwo markiert. Für die, die es nicht wissen. Es gibt ein, zwei Punkte. Da kann man in einen alten Sentientower... Äh, nicht Sentienten. In einen alten Orokin-Tower rein. Und da kann man dann zum Beispiel die... Jetzt muss ich überlegen. Spectra-Vandal zum Beispiel bekommen. Und die sind ein bisschen... Blöd zu finden. Also, es ist nicht schwierig. Man muss aber halt wissen, dass sie da sind. Man muss wissen, auf welchen Karten man das machen kann. Und von daher ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ähm... Das finde ich jetzt eigentlich sogar schlecht. Gegnerischen Boarding-Pots haben eine 25% Chance zu verfehlen und zu explodieren. Das klingt eigentlich gut. Ist aber verdammt schlecht. Warum? Ihr wollt diese Boarding-Teams haben. Die Boarding-Teams geben euch verdammt viel Erfahrung. Erfahrung bedeutet Intrinsic-Punkte. Intrinsic-Punkte bedeutet hier das Leveln. Von daher, ähm... Wenn man einfach nur ohne viele Gegner zu haben durchmöchte, ist das eine geile Sache. Wenn man halt noch leveln möchte... Mh... Naja. Necramex-Speed plus 10% ist eine coole Sache. Arcwing-Speed plus 20%. Unnötig. Niemand sollte im Arcwing außerhalb vom Railjack sein. Nach dem aktuellen Stand. Wie das jetzt mit dem Corpus-Railjack aussieht, weiß ich nicht. Äh... Railjack bekommt 25% weniger Schaden, während wir boosten. Das hatten wir, glaube ich, hier oben schon mal gehabt. Genau. Und dazu... Wenn wir einen Gegner rein crashen, machen wir 2000 extra Schaden. Kann interessant sein. Ist es vermutlich nicht. Vielleicht wäre es interessant, wenn man zum Beispiel ein Voidloch macht und dann einfach mit dem Railjack einmal voll reinrammt und damit versucht, die Gegner zu töten. Aber das kann man auch mit einer Rakete machen. Von daher, mh... Auch hier weniger interessant. Und wie gesagt, Railjack blink. Das bedeutet, wir können uns jetzt mit dem Railjack eine Distanz nach vorne teleportieren. Klingt verdammt geil. Also wirklich geil. Aber wenn ich mal schaue, das hier klingt geil. Und das hier jetzt weniger, das weniger, das weniger, das weniger. Also auch nur bis 5 ist es... Also ich würde hier vermutlich relativ schnell das auf 10 hochziehen. Einfach, weil man sich damit schneller bewegen kann. Aber muss man natürlich auch ausprobieren. Werde ich auch ausprobieren. Nochmal in dem nächsten Video dazu euch sagen und zeigen. Aber an sich ist das Blinken einfach eine wichtige Sache. Schade, dass das dazwischen so medium geil ist. Aber naja. Gut. Als nächstes hätten wir dann... Ordnance, das sind die Raketen. Können wir jetzt locken. Das ist eine gute Sache. 360 Grad Geschützturm freischalten. Das ist auch super wichtig. Weil ansonsten kann man nur einen kleinen Bereich abdecken. Arc Wing Slingshot. Super gut. Arc Wing Slingshot kann durch Hüllen durch. Das bedeutet, wir können damit Crewschiffe ganz einfach boarden. Arc Melee. Kommen größere Reichweite und Schaden. Absolut. Wobei, durch die größere Reichweite... Könnte es interessant werden. Also... Ja. Ich denke mal... Das ist etwas, was vielleicht gut sein könnte. Aber wieder zurück zum Punkt. Wir wollen nicht mit unserem Arc Wing im Normalfall außerhalb vom Railjack sein. Necramec Gun Damage increased. Absolut unnötig. Heavy Weapons sind eh schon saustark. Und ich denke jetzt mal gerade nur noch an die Ulti vom Void Rig. Ich wüsste nicht, warum man da mehr als eine Million Schaden pro Schuss machen soll. Aber hey. Eben das sein. Railjack Gun Heat minus 20%. Super gut. Slingshot Range plus 50%. Gun Overheat Time minus 50%. Auch super gut. Arc Wing Damage. Strength. Range. Efficiency. Das bedeutet mehr Schaden, mehr Stärke, mehr Reichweite, mehr Effizienz. Ihr wisst, was ich zu den Arc Wings die ganze Zeit schon sage. Dann die 9 bleibt vermutlich gleich. Schauen wir gerade mal nach. Driften reduziert die Hitzeentwicklung der Waffen. Keiner driftet. Aim Snaps Turret to Lead Indicator. Also. Wir können dadurch unsere Geschütztürme auf ein Ziel fixieren. Klingt super geil. Weil es gibt Waffen, die sind ziemlich, es ist ziemlich schwer oder blöd damit die Gegner zu treffen. Ich denke gerade an die normalen Projektilwaffen mit Travel Time. Aber das Problem war, dass vorher das Snappen überhaupt nicht funktioniert hat. Beziehungsweise es hat so schlecht funktioniert, dass es keine Rolle für uns gespielt hat. Von daher, das Überarbeitete könnte ziemlich gut sein. Und auch allgemein, hier sind ziemlich viele, ziemlich wichtige Sachen drin. Solltet ihr euch auf jeden Fall ein bisschen drauf fokussieren. Aber das, was man vermutlich als erstes freischalten sollte. Engineer. Wir können schneller mit dem Omni-Tool reparieren. Weiß ich jetzt nicht genau, was gemeint ist. 50% Reduktion in Air Support Cooldown. Was für Air Supports? Achso. Ich glaube, wir können jetzt diese Air Supports auch über unseren Railjack aktivieren. Ah, nee, nee, nee. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe da schon beim letzten Mal überlegt, aber jetzt hat es erst Klick gemacht. Wir können ja trotzdem noch unsere Air Supports benutzen. Und die haben jetzt einfach eine reduzierte Cooldownszeit. Für die, die es nicht wissen, ihr könnt die Air Supports ausrüsten, indem ihr... Ach, nee, ich kann meinen Gear Wheel hier nicht öffnen. Auf jeden Fall, wir haben Air Support Charges. Damit können wir dann zum Beispiel einen Bombenteppich holen. Mit Ordis könnten, äh, mit der Lisette könnten wir Gegner hacken und so weiter. Auf jeden Fall 50% reduzierte Zeit. Das ist eine gute Sache. Also wirklich gut. Wir können Ordnance an der Munition, an der Schmiede craften. Das ist auch gut. Das bedeutet, wir können Raketen schießen oder Raketen nach... äh, Raketen Munition nachbauen. Raketen sind super wichtig, also gut. Wir können Dome Charges craften. Super wichtig, weil durch die Artilleriestellung, da braucht man die Dome Charges, können wir Crewschiffe one-hitten. Also auch super wichtig. Eels fürs Railjack craften. Weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Also ist vermutlich dann was Neues. Und unsere Schmiede, also im Railjack kann 25% mehr aufnehmen. Ihr wisst ja, Schmiede, ich glaube 300 oder so, kann es aufnehmen. Danach muss man die leeren. Und so können wir halt dann ein bisschen mehr. Forge Cooldown, minus 25%. Ich glaube, das waren so 3, 4, 5 Minuten, die wir Cooldown-Zeit haben. Also ist auch schon nennenswert. Wir bekommen 25% mehr aus der Schmiede raus. Auch super gut. Arquing, Schild, Amor, Leben. Naja, ihr wisst, was ich die ganze Zeit zu Arquing sage. Necromagg Buffs. Also das könnte jetzt interessant sein, gerade wenn man gegen die Orphix Venoms spielt, oder wie die Dinger heißen. Orphix genau. Und Repair Ship Damage Remotely bedeutet einfach, wir können auf die Map öffnen oder das taktische Menü öffnen, da auf eine Gefahrenstelle draufklicken und das dann über eine Drohne reparieren lassen. So, schauen wir uns das Ganze mal jetzt nochmal kurz im Überblick an. Das Blinken fand ich als 10er-Fähigkeit wichtig. Das Warpen ist eher so ein Luxus-Teil. Das hier ist generell fast alles interessant. Auch hier, wenn das Aimen besser wird. Also das wäre vermutlich das Erste, was ich auf 10 hochziehen würde. Oder das Zweite, je nachdem. Und hier kann man dann theoretisch auch aufhören nach Stufe 7. Weil das Ship Remotes Repairn ist eine nette Sache, aber auch nichts, was man unbedingt braucht. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hiermit schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Und als nächstes kommt dann auch unser Command Intrinsic. Gehe ich gleich genau drauf ein. Aber das Wichtigste ist, wir können jetzt unsere konvertierten Lichs als Crewmember auf unserem Schiff anheuern. Die gegen Gegner kämpfen, die versuchen, unser Schiff zu boarden. Das ist eine verdammt, verdammt, verdammt geile Sache. Also ich werde mir da jetzt auch ein, zwei Lichs noch holen. Coole Waffen, hoffentlich die auch cool aussehen oder zumindest eine coole Persönlichkeit haben. Ihr kennt das ja, alle Lichs sind ein bisschen anders. Und ja, also ich persönlich denke da als erstes an Kuva Schildek und an die Ayanga. Aber Toni hat zum Beispiel auch mal noch die Com erwähnt, wenn es wie ein Specter funktioniert mit unendlich Munition. Uh, also es könnte schon sehr interessant werden. Da muss man dann auch mal überlegen, welches Element man auf seinem Licht drauf haben möchte. Weil die haben ja auch noch Fähigkeiten. Also das könnte schon interessant werden. Wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben, aber auch da muss man noch mal genauer dann nachschauen. Ansonsten können wir jetzt halt, wie gesagt, Crewmember anheuern. Der Commentary wird auch noch nicht voll freigeschaltet sein, sondern nur bedingt. Und vor allen Dingen ist das interessant, wenn wir in Squads mit weniger als vier Playern spielen, weil dann können halt Positionen von Leuten übernommen werden. Ihr seht, sie sind von verschiedenen Syndikaten. Dadurch können die dann halt günstiger oder teurer für euch werden. Wenn ihr feindlich seid, doppelt so viel. Wenn ihr verbündet seid, halb so viel, jetzt als Beispiel. Und auch die können gelevelt werden. Die bekommen Erfahrungspunkte und sowas. Und dann kann man das hier zum Beispiel sehen. Wie gesagt, Piloting, Gunnery, Repair, Combat, Endurance. Kann man alles leveln. Und wie gesagt, die Lichts sind dann halt auch noch mal ein Faktor für sich. Es gibt jetzt auch noch eine neue Railjack-Komponente, Hülle. Weil Leben und Rüstung wird wegfallen als Avionic. Und von daher kann man das dann so über die Hülle modden. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Die Brackage-Kosten werden reduziert. Bedeutet, es ist günstiger, einfach euch die Teile zusammenzubauen. Wobei das jetzt wirklich kein Problem ist, wenn man das richtig farmt. Aber, will ich schon mal erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob ich es übersprungen habe oder nicht. Manche Karten werden entfernt. Ich habe ja eben schon gesagt, farmt Giant Point. Da kann man Ressourcen farmen. Da kann man Dirac farmen. Das ist einfach gut. Giant Point wird entfernt. Weil es ist einfach zu einfach, da zu grinden. Beziehungsweise zu monoton. DE will das nicht. Also lohnt es sich sogar jetzt, da noch einen guten Vorrat anzustauen. Weil es ist einfach. Und wenn da noch alles günstiger wird. Also ich kann es euch nur empfehlen. Farmt Giant Point. Ja, für die, die dann schon ein paar Sachen gemacht haben im Railjack, gibt es halt eine Belohnung. Also, wir bekommen hier ein Railjack Monument fürs Dojo. Dann hier, wenn wir, gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Ihr seht es einfach, wenn wir hier das Grid ein bisschen geupgradet haben und ein bisschen an Frackteilen repariert haben, bekommen wir Sachen. Das sind dann Rush Repair Thron, Endo und so weiter drin. Könnt ihr euch durchlesen. Einzige Interessante, meiner Meinung nach, ist hier das Umbraformer. Also, das ist mal ganz interessant. Aber da wir mittlerweile so viele Umbraformers haben, ähm, ja, müsst ihr halt wissen. Matchmaking wird überarbeitet. Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und, ähm, ja, was ist jetzt anders in den Missionen? Da können wir auch kurz mal auf ein paar Dinge eingehen. Zum Beispiel, die Geschütztürme sind jetzt nicht mehr so verteilt, sondern wir haben einen Saal mit den Geschütztürmen drin. Und das eine ist oben und das andere unten. Dadurch macht das 360 Grad auch irgendwo mehr Sinn, um es mal so zu sagen. Äh, bla bla bla. Muss ich jetzt nicht auf alles eingehen. Hier kann man das neue Railjack Layout sehen. Also, das Railjack wurde auch generell überarbeitet. Sieht also schon mal hier vom Layout richtig gut aus, finde ich. Und, äh, hier wird es, glaube ich, nochmal interessant. Nämlich, wir haben jetzt auch keine Flux-Energie mehr und alles. Beziehungsweise, das ist alles auf einen Spieler bezogen. Jeder Spieler hat seine eigenen Raketen. Jeder Spieler hat seine eigene Energie. Als Energie wird die Warframe-Energie genommen, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Und, ähm, ja, das bedeutet, jeder Spieler ist jetzt für sich selbst verantwortlich. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Weil, irgendwie war es doch das Schöne gewesen. Man war mit einer Vierergruppe drin, hat miteinander gequatscht. Und auf einmal, hey, meine Raketen sind gleich leer. Mach mal ein paar neue Raketen an den Techniker oder der, der Technik auf 10 hatte. Oder, ähm, kümmer du dich mal hinten um die Foundry, damit immer wieder leer gemacht wird. Weil du hast 25% mehr Ausbeute. Naja, war immer eine schöne Sache. Jetzt muss man halt sich immer selbst drum kümmern. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ich sag mal, ihr wart bestimmt mal schon mal in einer Mission. Jemand wusste nicht, wie euer Railjack funktioniert. Hat alle Flux-Energie innerhalb von 5 Sekunden verballert. Und ihr konntet schauen, wo ihr bleibt. Anderer Vorteil, ihr könnt euch zum Beispiel mit dem Geschützturm abwechseln. Das bedeutet, jeder verschießt seine Dome-Charges und ihr braucht nicht nachzubauen. Also, hat Vorteile, hat Nachteile. Äh, hier kann man das gerade sehen. Warframe-Energie, also. Ich denke, das habe ich gerade richtig gesagt. Ja, und der Rest ist. So interessant. Die Reaktoren geben jetzt, ähm, Stärke, Reichweite oder Dauer. Auf die Battle-Avionics, also, ist auch eine coole Sache unter Umständen. Äh, Battle-Avionic, ich denke gerade an Zika-Volley. Viel zu schwach im Vale-Proxima, aber mit, sagen wir, maximaler Fähigkeiten Stärke. Könnte es interessant werden. Also, schauen wir mal. Dann hier die Gefahren- oder Fehlfunktionen wurden überarbeitet. Ähm, muss ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr das wollt. Ist interessant. Und hier wird es jetzt wieder noch interessanter. Der, wie viel haben wir noch? Ähm, der Schaden wird vereinheitlicht. Weil Feuer, was ja so, Impact wurde konvertiert in Ballistik. Puncture in Plasma, bla bla bla. Und jetzt geht es einfach nochmal den gleichen Weg zurück. Das heißt, Ballistik wird wieder zu Impact. Plasma wieder zu Puncture. Partikel zu Slash. Sollte eigentlich für euch keinen Unterschied machen. Außer, dass ihr halt euch nicht fünf neue Elementartypen oder sowas merken müsst. Also, das seht, aber im Endeffekt sollte sich für euch dann nichts dran ändern. Das einzige, was jetzt interessant wäre, wäre zu wissen, ob die Effekte die gleichen bleiben oder ob die verändert werden. Ich habe hier die Befürchtung, dass es wieder verändert wird. Weil vorher war zum Beispiel, ich glaube es so, dass Partikelschaden den Gegner anfälliger gemacht haben gegen Schaden. Das können wir jetzt natürlich auch mal nachschauen. Schauen wir mal, Partikel habe ich nicht drin. Railjack-Fenster, genau. Ja, hier kann man es sehen. Zum Beispiel Slash, Partikel, Tier. Das getroffene Schiff bekommt 7,5% erhöhten Schaden für 20 Sekunden. Und wir können das Ganze hochstacken. Also, deshalb waren Slash-Waffen für euren Arcwing, den man eigentlich eh nicht benutzen sollte, eigentlich die beste Wahl. Also, wird interessant sein, ob der Effekt so bleibt oder ob er sich verändert. Warten wir mal ab. Gut, dann hier die Node-Changes, das habe ich eben bereits kurz angesprochen. Fallen Nodes weg, kommen neue, glaube ich, dazu. Brauche ich jetzt nicht viel zu zu sagen. Es gibt auch neue Missionen. Was ist denn jetzt passiert? Egal. Fallen Dinger weg, kommen welche hinzu, habe ich alles schon erwähnt. Und warum sollte man noch spielen? Ja, wie gesagt, kommt jetzt auch noch klassisches Defense dazu. Exterminate, neue Waffen, neue Sachen, Corpus Railjack. Hier kann man das Corpus Raumschiff sehen. Genau, Orphix werden wiederkommen. Drop Arcana, okay. Alternative zu den Eidlons. Ah, okay, also eher nichts Neues. Naja. Also alles in allem, Railjack wird gut überarbeitet. Hier unten geht es dann darum, was als nächstes kommen soll, beziehungsweise häufig gestellte Fragen. Finde ich jetzt, ist nichts, wo ich groß drauf eingehen soll. Zum Beispiel hier, das nächste Update mit dem Railjack Rework ist halt ein Vorbote für Update 30, wo dann noch mehr kommt. Und darauf könnte ich doch noch eingehen. Es sollen dann halt auch diese Voidstürme kommen, die schon vor einem Jahr zwei, zweieinhalb, keine Ahnung, angekündigt wurden. Und in denen soll man auch Relikte anscheinend aufmachen können. Ich hoffe es so dermaßen. Ich habe tausende Relikte und immer diese Risse zu machen, wird ein bisschen monoton. Ganz kleines bisschen. Also, alles in allem, äh, ich denke, das wird ein richtig geiles Update. Ich glaube, das wird ja richtig geil. Also Railjack war generell ein Modus, der mir viel Spaß gemacht hat. Aber ab dem Punkt, an dem ich dann endlich alles gefarmt hatte, was ich haben wollte, bei mir war es dann zum Beispiel jede Waffe, jedes Teil, zweimal maximaler Stufe mit jedem Effekt. Naja. Da war es dann irgendwie vorbei. Okay, beziehungsweise Carcinox habe ich dann Lawan, wie da, was auch immer. Immer maximale Stufe, jedes Haus, einfach damit man die Flexibilität hat. Auch hier mit den Triebwerken und so. Immer alles zweimal, außer hier. Einmal mit Rüstung von Eindringlingen reduzieren, einmal mit Geschwindigkeit erhöht, wenn Schilde aufgebraucht. Und das ist einfach so eine Sache, die ich euch auch noch vielleicht ans Herz legen würde, dass ihr einfach mal überlegt, ob ihr das Ganze jetzt damit noch kombiniert, und dass wenn ihr Dirac und so farmt, vielleicht versucht noch alle eure Dinge auf Maximalstufe hochzuziehen. Wobei ihr im Hinterkopf behalten müsst, es kommen bald neue Sachen. Die könnten dann jetzt obsolet werden. Also vielleicht, dass ihr einfach nur die Blaupausen aufhebt und dann später zusammenbaut, wenn es auch günstiger ist. Alles Sachen, die ich jetzt einfach mal erwähnt haben wollte. Ich hoffe, das hier war interessant für euch. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst dann ein Abo und Like da und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe euch hiermit.